Das OnePlus 3T wurde in seinen Reviews 2016 stets als Gerät bezeichnet, das alles gut kann, aber nichts perfekt oder sehr gut. Eben ein guter Bang for your Buck. Inzwischen sind einige Monate vergangen und fast jeder Hersteller hat ein neues Flaggschiff vorgestellt. Selbst das OnePlus 5 steht schon in den Startlöchern. Ist das 3T deswegen ein schlechtes Smartphone? Finden wir es raus! Wie immer setzt OnePlus bei seinem Top-Smartphone auf ein 5.5-Inch-Display mit Full-HD-Auflösung. Auch wenn viele Fans auf 2K gehofft haben, ich kann mit Full-HD sehr gut leben. Mir ist die Akkulaufzeit deutlich wichtiger als ein paar mehr Pixel. Ja, man hätte eine 2K-Auflösung verbauen können. Damit wäre das Gerät auch besser für VR geeignet. Aber wie viele VR-Anwendungen kennt ihr, die wirklich mehr als ein PR- oder Marketing-Gag sind und wofür sich die Auflösung wirklich dauerhaft lohnen würde? Ich jedenfalls genieße lieber ein sehr gut ablesbares Display mit guten Blickwinkeln und poppenden Farben. Nur draußen könnte das Gerät ein paar mehr Nitz vertragen, um auch im Sommer wirklich sehr gut ablesbar zu sein. Das ist aber Meckern auf sehr hohem Niveau. Das Display lässt sich selbstverständlich auch draußen ablesen. Und ihr müsst nicht in den Schatten gehen, um etwas sehen zu können. Im Auslieferungszustand war eine Display-Schutzfolie auf dem Gerät. Diese habe ich allerdings sehr schnell verkratzt und nutze das OnePlus 3T aktuell ohne eine solche. Einen kleinen Dämpfer fängt sich das OnePlus 3T beim Lautsprecher ein. Wer zum Teufel fand es eine gute Idee, den Lautsprecher auf die linke untere Seite zu bauen? Nutzt man das Phone horizontal und passt sich nicht der Speaker-Position an, wird jener automatisch verdeckt und der Sound beeinträchtigt. Klar, man kann das Phone umdrehen und dann ist alles in Ordnung. Aber das möchte ich nicht. Und innerlich wehre ich mich auch dagegen. Und dann ärgere ich mich über das OnePlus 3T. Das 3T ist das erste Smartphone, dessen Ohrmuschel ich deutlich leiser drehen musste, da ich das Gegenüber wegen Übersteuerung sonst nicht verstehe. Du, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich verstehe dich so schlecht. Ich muss mal kurz mein Handy leiser machen. Ja, jetzt geht's wieder. Was wolltest du sagen? Ja, das können wir gerne so machen, gar kein Problem. Okay, halten wir zuerst das Rationale fest. Im Inneren des OnePlus 3T tickt ein Snapdragon 821 mit 6 GB RAM. Der Snapdragon taktet mit bis zu 2,35 GHz. Bis vor kurzem, und wenn man LG fragt, handelt es sich dabei um das Flaggschiff aus dem Hause Qualcomm. Und genau so verhält sich das OnePlus 3T auch. Ich glaube, ich habe noch kein Phone in der Hand gehabt, das so snappy im Alltag unterwegs ist, wie das 3T. Apps öffnen sich schnell, Spiele laden zügig. Und egal, was ich dem 3T zum Arbeiten gebe, das Smartphone erledigt es mit Links. Was erstmal wie Marketing-Bullshit klingt, ist erstaunliche Realität. Auch nicht das Xiaomi Mi 5S mit ähnlicher Konfiguration kommt aktuell an diese Performance ran. Das mag in Benchmarks vielleicht anders zur Geltung kommen, aber holler die Waldfee. Wandert mal vom OnePlus 3T zurück zu einem anderen Smartphone. Ihr werdet sehen, was ich meine. Die 6GB RAM habe ich bisher noch nicht voll bekommen. Ebenso wenig wie die 64GB Speicherplatz, die die kleinere Version des 3T an Bord hat. Es handelt sich dabei selbstverständlich um UFS 2.0 Speicher. Einziger Wermutztropfen? Der Speicher lässt sich nicht per SD-Karte erweitern. Entweder ihr entscheidet euch direkt für die 128GB Variante oder lebt fortan mit 64GB. Für die flotte Performance zeigt sich auch das stark anpassbare Oxygen OS verantwortlich. An dieser Stelle übrigens danke an OnePlus, dass ich die Benachrichtigungs-LED ausschalten darf. Daumen hoch dafür. Einen weiteren Pluspunkt sah mit OnePlus mit der Art, wie Updates eingespielt werden. Bei meinem ersten Boot waren zwei Updates verfügbar, die zusammen runtergeladen und anschließend installiert wurden. So, genau so sollte man Updates regeln. Oxygen OS lässt euch ungefähr alles einstellen. Das heißt die Funktion der Softkeys, die Displayfarbe und so vieles mehr. Dem Fingerabdrucksensor wird hinterher gesagt, dass er nicht immer ganz so zuverlässig arbeitet. Dem kann ich nicht zustimmen. In den allerseltesten Fällen entsperrt mein Handy nicht. Aber das ist mehr als verschmerzbar. Da der Fingerprint-Sensor auf der Vorderseite angebracht ist, kann man das Gerät auch entsperren, wenn es zum Beispiel auf seinem Rücken liegt. Daumen hoch dafür. Wie viele Hersteller eigene Lademechaniken kennt ihr? Huawei hat eine eigene Quick Charge Technologie, Maizu hat M-Charge und OnePlus verwendet Dash Charge. Und tatsächlich, am Original-Ladegerät lädt das 3T sehr zügig auf. Und nach einer halben Stunde ist man wieder good to go. Eins kann das OnePlus 3T. Geil aussehen. Es ist erstaunlich schlank, fühlt sich trotz 5,5 Inch direkt richtig in der Hand an und die Verarbeitung ist top. Als bekennender iPhone-Nutzer begeistert mich vor allem der Leiser-Switch an der rechten Seite. Ein Klick und bis auf den Alarm ist das OnePlus 3T still. Doch das Design hat auch seine Schattenseiten. Das OnePlus 3T ist glaube ich das rutschigste Smartphone, das ich je in meinen Händen gehalten habe. Schade eigentlich. Und dann wäre da noch der Kamerabump auf der Rückseite, der keinesfalls von der Kameraqualität gerechtfertigt wird. Das soll nicht heißen, dass das OnePlus 3T keine gute Kamera an Bord hat. Aber gute Kameras kriegt man auch ohne Kamerabump hin. Bis zum nächsten Mal. Bei Videos habe ich eine Sache auszusetzen. Der Ton ist, trotz Stock-ROM, Stock-Settings und genug freiem RAM, etwas versetzt. Wie mit, worauf freust du dich am meisten beim Honor 8 Pro? Auf die... was? Musst du ihn also im Komplett mit dem OnePlus 3T aufgenommene Vlog immer etwas anpassen. Keine sehr schöne, aber verschmerzbare Sache, wenn man es weiß. Wie mit, worauf freust du dich am meisten beim Honor 8 Pro? Auf die... was? Die Hauptkamera ist erfreulicherweise mit einem OIS ausgestattet. Weswegen die doch sehr wackeligen Flug-Start- und Landesszenen, selbst ohne Osmo Mobile, nicht zu unruhig wurden. Für die Frontkamera zeigt sich ein Samsung-Chip verantwortlich. Der 3P8SP knipst Selfies ebenso mit 16 Megapixeln. Kann man 2017 das OnePlus 3T noch bedenkenlos kaufen? Ja, für 400 Euro bekommt man einiges für sein Geld. Und der Snapdragon 821 im 3T rennt wahrscheinlich dank guter Hart- und Softwareabstimmung einigen 835 Geräten davon. Auch das klingt wieder wie Marketing-Blabla, aber es ist vor allem eins. Wahr. Um den niedrigen Pricetag beim 3T zu erreichen, verzichtet OnePlus auf Extras. Wie etwa ein wasserdichtes Case. Und auch Wireless Charging ist nicht mit an Bord. Damit kann ich aber gut leben. Sehr gut sogar. Und viele andere sicherlich auch. Ihr habt noch Fragen zum OnePlus 3T? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der NerdBench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die NerdBench.